Ich habe letzte Woche meinen ersten Vertrag abgeschlossen. Guten Morgen, hier ist die Martina aus der Schweiz, aus Steiermann-Rhein. Wie ihr so schön seht, mit schönem viel Wasser im Rhein. Es ist dann der Zeit, dass ich ein Testimonium für Philipp Lang und sein Coaching hinterlasse. Ich habe heute Morgen drei Kampagnen gestartet. Ich habe bereits vier Testwochen starten können in meinem Fachbereich Ernährungsberatung. Ich habe letzte Woche meinen ersten Vertrag abgeschlossen. Ich bin super happy. Ich bin ab 1. Juni selbstständig. Ich habe mich dank Philipp und diesem Wissen und diesem Know-how als Online-Marketing-Marketer in meinem Fachbereich Ernährungsberatung selbstständig gemacht. Ich bin super happy. Das ist ein Traum von mir, den ich mir schon lange mal erfüllen wollte. Dank Philipp Lang war es jetzt möglich, dass ich das in kurzer Zeit umsetzen konnte. Ich bin super dankbar für sein Coaching, für seinen Einsatz, für sein Team, für die Community, die er bildet, für sein Vorbild, für... Ja, ich bin einfach super dankbar. Ihr seht, ich bin geflasht, was möglich ist. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der sich fragt, ob das das Richtige für ihn ist. Ich bin so dankbar, dass ich einen Weg gefunden habe, mich jetzt mit Social Media selbstständig zu machen und mit diesem Trend mitzuwirken und da auch meine Gabe dazu zu geben, damit ich damit auch wirken kann. Ich bin super, super dankbar. Danke Philipp Lang, danke dem Team, danke der langjährigen Arbeit, die da vorausgeht, die du jetzt mit uns teilst. Ich finde dich super inspirierend als Unternehmer. Ich kann nur empfehlen, jeder, der selbstständig werden möchte und vielleicht auch das Gefühl hat, dass er einen Unternehmer in sich hat, Ich kann es nur höchstens und warmstens empfehlen. Das Coaching ist wirklich, hat eine Vorbildfunktion für mich, eine Inspiration und ich kann noch sagen, alles, was da gesagt und gelehrt wird, ist machbar. Ich habe es umgesetzt und ich bin super, super dankbar für diese Chance. Also traut euch. Ich kann es nur empfehlen. Ihr dürft gerne mir schreiben, wenn ich irgendwie noch Auskunft geben möchte, auch wenn ihr aus der Schweiz kommt. Das ist alles sehr kompatibel. Es gibt ein paar kleine Änderungen, die man in der Schweiz beachten muss, aber alles minimal. Also super gut umsetzbar. Ja, meldet euch, wenn ich euch weiterhelfen kann. Ich bin jetzt im dritten Monat und bin super, super dankbar für diese Chance. Also 100% empfehlenswert. Okay, super, herzlichen Dank an die Community, an dich Philipp, an das Team und an alle, die noch kommen.